Die erste Einheit am Mittwoch ließ Janis Horn die eisigen Temperaturen für ever-adentlich Feuer drin, so der Abwehrspieler des 1. FC Köln, der den vergangenen Samstag immer noch spürt, der Derby-Sieg wird die Stimmung ist nach jedem Sieg super, aber nach dem Derby noch ein bisschen neuer Mut dank des Derby-Sieges, Kölns Defensivspieler Janis Horn. Picture Alliance was er allerdings auch spürt, wenn wir uns darauf ausruhen, werden wir am Sonntag nichts holen, auf Janis Horn und den FC wartet mit der Frankfurter Eintracht die aktuell möglicherweise beste Mannschaft der Liga, 19 von 21 Zählern holte das Team von Trainer Adi Hütter aus den vergangenen sieben Spielen, wir wissen, was auf uns zukommt, sagt Horn und ergänzt, sie sind sehr gut, die Messlerte soll das Gladbach-Spiel sein, es wird auf die Stabilität der Defensive ankommen, Auf die Bereitschaft eines jeden Einzelnen, sich der starken Offensive der Eintracht mit Silva, Jovic, Kostic, Kamada und Younes Enkihorn ist überzeugt davon, dass der